zu tief dann würde ich sagen ja alles was kein Block ist einiges hast du auch ein arschvoll Gegenstände äh die Pferderüstung wenn ich jetzt ein verzaubertes Buch in der Hand halte, müsstest du nur raten, was es sagt ja, aber es heißt so das ist ein Buch, der ist irgendwas irgendwas, das steht dann drauf nö nö, nöterwarze nö, okay na, es ist ja auch ich schwör war ein Nugget Nugget? ein Nugget das war ein Nugget von Chicken McNuggets der war schlecht der war schlecht so, next irgendwann mach ich wirklich ein Sprachnucket, wo es Chicken McNuggets heißt achso, ähm Alex, kommst du kurz her oder soll ich nochmal zu dir schnell kommen? Moment, ich komm kurz runter ist das der Gegenstand? äh, nein der Gegenstand ist, äh wo bist denn du da? ich geh hier grad noch nicht rum das da hast du gesehen? mach nochmal okay, pass es passt doch wieder der Leiter hin ähm nein, drück einfach Rechtsklicker drauf ey okay, ist es ein Monster Drop? ja okay ähm gibt's ja auch ein paar, ne? ja, einiges ja könnte ich das jetzt nochmal spezialisieren? du könntest jetzt sagen, was für Mopsorte, beispielsweise aber da, okay, dann ist das was aus dem Neter? ja right okay, da gibt's ja gar nicht mal so viel doch gibt es lustigerweise wow, Zombie, 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 Zombie ähm hab ich jetzt noch einen oder zwei darf ich mal ganz kurz unterbrechen? hm hat jemand, äh so ganz normalen Neterstein? ja ich bin zurzeit übelst am Verbrennen, also nein sehr viel okay, wenn's was aus dem Neter ist, dann würd ich sagen oh nee ein Müllerkopf ist es nicht glaub ich sicher? das ist, das war unwahrscheinlich ja, irgendwie schon, dass ich drei Feste gefunden hab, ne? ja, nee, trotzdem, ich würd Magma-Creme sagen, hier von den Slime-Stars richtig wow, yo, das war Glück Leute, das war echt leu das war echt krass okay, eins muss ich noch, komm, gib mir äh, eins? na, ich hab jetzt zwei erraten ach so, ja, okay bist du und eins hast du falsch, also hast du schon drei Versuche weg ja ja äh, ja, dann hau ihn einfach raus äh, ich bin grad am Enderman farben, deswegen ne ne, das zählt nicht Alex muss es sehen Alex ist der Schiedsrichter Alex ist gay ich bin der Showmaster ich bin der Quizmaster ich bin der Quizmaster hallo bist du? ah, creeper ja, passt, äh die Zuschauer sehen uns, das müsste reichen nein, ich muss Schiedsrichter machen ja yay, zwei Enderman nein, ich möchte aber schiedsrichter komm für die Challenge, dann stell zurück äh, ne, es wird grad tag, ich hol dir jetzt einen Enderman kurz ein ja, sorry sorry na, dann warten wir noch was mich erschreckt ha 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 kommt er da her, creeps hier an die Rand tut mir leid er beschwert sich dann, wenn er auf die Fresse bekommt ha 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 boah, Alter, ich bin so unfähig grad diese Aufnahme ich hab nichts, nichts gemacht gerade gar nichts, einfach rumgesprungen ich hab genug erledigt, also ich bin, ich bin zufrieden mit der Aufnahme naja, ich ver... du musst das weitermachen, wir können nicht mehr erzugang ich halt's grad, äh, ne, umh weh, der Skelett schießt gleich und ich bin tot ey, was machst du mit unserem Garten ich pflanz um ey, ich nehm grad auch ey, ich nehm grad auch ein, ein Skelett kämpft grad gegen eine Spinne, einfach so einfach so prädeln wie sich so können wir schnell weitermachen können wir mal gucken bitte das ist ein Cheater, ey ich werd gern noch bauen bisschen warum chillst du denn die ganze Zeit hier? hä? äh, die Barrels, habt ihr ein bisschen Niederstein? mhm, ja, verdammt ich hol dir mal was müsste da vorne in der Truhe hier was drin sein? ne, nicht ok alex hm? guck mal kurz her ich glaube ein halber Stack dürft reichen, bin mir aber nicht sicher da oben hör mal von der Seite hinten, links, oben äh, ne, warte ok ok das ist ja recht viel ich nehm mir mal plötzlich mit ich erkenne dir, ich frontal drauf guck nicht so, zeig ah, ok gubi ähm was hat man dann nicht? wir hatten wir hatten Monster Troops deco ne pflanze oder sowas also was pflanzliches weißt du, man merkt halt gar nicht, dass du nicht schummelst oder so, ne? ey, warum? ey, was laberst du, Miko? was laberst du? du stehst die ganze Zeit rum, bist halb AFK, also irgendwas musst du machen wahrscheinlich hast du Bodycam an hast du an, ne? merkt man voll nicht merkt man überhaupt gar nicht, kubi ah ja, du hast den Ende, oder? ey, hör auf, hör auf, hör auf was denn das für eine Anschuldigung? ok, alex, wir haben auch sofort Krieg danke, alex ok, die pflanze ähm wenn du nochmal kommst, stirbst du lass dich hier nicht blicken du bist ab sofort mein Feind weil du kubi geht für dich das hast du legen? nein ich habe eine aufgabe und ich werde dich jetzt vollenden ein Samen nope ne Blume boah, schwer hast du aber richtig lang gebraucht, um das rauszufinden, ne? nachtpflanze ähm, kannst du ein Amboss nochmal hinstellen? oh ja klar ich muss kurz was machen und wie krieg ich jetzt die Perlerüstung? ja, die werfe ich dir auf den Boden, kannst du einsammeln ja, alex hat mich ja schön getötet hast du dann 5 Minuten Zeit hinzusuchen? äh, gib mir schnell, ich komm schnell hin ja genau ah, die musste vorbeibringen so weit lauf ich nicht, das wird zu anstrengend äh, ne gib mir her, ich bring's zu ihm und schick den Boden los schau doch mal kurz den, schau doch mal kurz den Dreckblock an nichts sagen und gib wieder her und dann gib mir die Perlerüstung gleich mit what the fuck ahhhhhh einfach abwarten wird lustig zack, zack wirst'n du da so, ich glaub ich fang jetzt gleich mal an äh, demnächst gleich mal an was zu bauen so alex ist aufm weg ne halt, ich muss die nochmal umbenennen die Halle mit Cheats spielt schlimm, gell? glaub er doch nicht alle am meisten hä, warum? was geht denn ab? warum spiel ich denn mit Cheats? was hab ich denn gemacht? hehehe, willst du gar nicht du willst die Anschuldigung hier? du willst nur von deinen eigenen Taten ablenken was für Taten ja, du cheatest hier rum ist doch offensichtlich dann hau mal raus, was cheat ich denn? alles Witherköpfe, Diamanten ich hab immer keine Witherköpfe ja, nicht mehr ja, und ich hab auch keine ja, genau ich hab sie ins Feuer geworfen, weißt du du hast'n Wither gespawnt ja, genau, vor deiner Haustür wie hab ich Bock, wenn's soweit ist lass mal machen ja, fuck, mir fehlen die Leveler zu schade 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 ich wollt' nicht noch Blume unbenennen ah, geht's los oh Gott also, ich bin auf dem Weg mit der Federrüstung ok so ah, grad was gehangen was wollt' ich denn grad machen wechseln oh, und wollt' das du das sowieso ach ich sag's immer wieder dazu haben wir ein extra Chat im TS ja, das geht gar nicht an Leute, er braucht gar nichts sagen, ok? ich weiß, wer von euch hier sich am meisten im Chat, in dem Chat auffällt ja, plecki ja, plecki es ist irgendwie fies, dass wir witzig über den Rasen, wenn er nicht dabei ist ja, ist es ja, weil er war wirklich vorhin drin ja, der wurde von Julan dauernd reingeschoben achso, echt? das ist richtig böse das war das lustig von Gott, du bist, ich kann nicht mehr rennen Alter, beeil dich wenn du die verlierst, bist du bei mir ganz unten durch, gell? ja, 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 ja oder zwischendrin durch ne, eigentlich nicht mittendrin statt nur dabei das ist Kalles, äh, Lebenseinstellung in deiner Mom drin statt nur dabei ist meine Lebenseinstellung Oder sie ist sicher, dass du es willst? ich hab Nicos Mom noch nie gesehen ich glaub das will ich auch nicht nach der Aussage von яbrush NOOO NÄ 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 nås mach бы Ich nehm gleich ein Bild von deiner Mom auf aber wahr mas, dafür ist meine Kamera zu klein wow Wohohohoho. Und damit eigentlich nicht hattlich eine Merkamera. Alter... Ist aber schlecht, das wär mir echt nie egal! Ich muss äh Juleln vertreten, also ich bitte euch. Nehmts meh nicht übel! OH GOD! Der Klimmatiker wär SO riesig, da wär mein Festplattenspeicher sogar zu klein! Nee, deine Mutter ist SO fett, die macht sogar die Dateigröße, dicker! Ich hab nie gesagt, dass ich hier bin gut witzig. Von mir aus kannst du gerne Julians Niveau hier widerspiegeln. Ich glaub, wir haben einen neuen Gewinner. Nein, ich hab meine Axt ins Wasser geworfen. Oh nein, die Diamanten-Porno-Axt ist weg. Oder Diamanten natürlich. Ja, die hab ich mitgenommen. Endlich da. Was machst du denn? Du bist endlich gekommen. Nee, ich bin doch nicht ein Achtverwixen. Ich bin da. So, hier ist deine Feuerrüstung. Das ist ein... Amburgstück Erde. Lies den mal. Töten sie mich bitte. Dann passt die Bezeichnung des Dreckblocks. Will ich dich töten? Ja. Ja, bitte, mach. Das ist Rache. Hey, nur einer. Danke. Ach scheiße, ihr habt meine Rüstung noch an. Dankeschön. Viel Spaß mit der alten Rüstung. Alex, ich hab dir gesagt wir haben Krieg. Mods jetzt rum und kommt mit meinen neuen TNT daher. Genau. Du hast 9 TNT, einer. Du bist mega der Pro. Wir haben noch das 39 TNT von Peppy. Also ich würd's lassen. Ja, ja. Ich schleich mich zu euch hin, wenn's sein muss und nimmst die 39 von Peppy und mach das auch noch nicht weg. Ich kann rumpitchen, wenn ich will. Rumpitchen. Nimm mich aber nicht, weil ich heiße nicht Peppy. Oh, mein Fert sieht geil aus, Alter. Das hier ist ne Zicke, ja. Gleich auch von hinten nehmen das Ding. Nein, so geht das nicht, du Arsch. Uhhh. Ey, du bist so unsozial. Bist voll der asoziale, Alter. Gib mir doch mal nen Cookie. Das bestimmt von deiner Mutter, der ollen fetten Schlammsken hat. Wo willst du denn das Cookie hinhaben? Duhhhh. Boah, das muss schrei ich nicht geben, krass. Da wird die Bär jetzt machen. Da kriegt der T-Virus richtig einen harten von, ey. Mojo, Alter. Ich riech's schon. Ich riech's schon. Ahhhh. Ne, die Päros. Voll Schiliche, ne? Oh, ja, Mann. WTF? Fanny. Kupi, weißt du was? Hä? John hat immer noch mein komplettes Eisen. Hä? Warum das denn? Ibelst der Mongo. Der hat nicht mal Drohnen, der hat das wahrscheinlich alles im Inventar. Wer ruft der Rudi? Was ist das denn für ein Assi? Nein, der hat sich das in den Hintern geschoben. Nein, der hat sich das in den Hintern geschoben. Nehmen wir mal ein Eisen von dir. Boah, Alter, bist du schlimm heute drauf, ey. Was ist das für ein Assi? Ibel die Assi-Pratze, ey. Alter, ey, ey, Kalle, ey, übertreib nicht, okay? Komm, ich geb dir... Lass den mal richtig dumm machen. Ich geb dir ein Eisen, dann so als wiedergutmachung. John ist voll der Blödian. Alter, jetzt, jetzt übertreiben. Ich hab mir meine Sachen geklaut. Blödian! Jetzt lass ich John rächen. Na komm ruhig her! Lass den mal. Komm doch her! Ich komm mit meinem Stick rüber. Hier sind schon so viele Helden begraben. Ja, oder weniger Helden. Äh, Peppy. Ich hör Peppy grad da nicht erzählen. Nein, Peppy ist voll korrekt, nur mal um das klarzustellen, aber... Aber kein Held. In dem Projekt unten durch. Nicht in Minekraft. Äh, Minekraft, also kein Held. Ich war immer so nett mit dem Hingang und hat mich offiziell entschuldigt, indem ich ihm die Pferderrüstung gebracht hab. Ja, ne normale Rüstung, ne? Pferderrüstung. Und meine Rüstung. Und meine Rüstung, die verzaubert war sogar. Meine Level. Also somit, ich bin offiziell wieder durch. Durch? Ja, unten durch. Ich bin direkt befreundet. Los Schafe, treibt es miteinander. Auf dass ihr alle schwarz werdet. Wie Laser. Ey, warte, warte, warte. Warte, wie Laser. Alex, komm, komm, komm. Was hat ein Laser damit zu tun? Ne Blacklaser? Alex, komm mal kurz her, komm mal kurz her. Wo? Cocklaser. Cocklaser. So Cocklaser wär eigentlich ganz cool. I'm firing my Cocklaser. Kalle, 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 dein Haus brennt, dein Haus brennt. What? Was? What the fuck? What the fuck? Dein Haus? Alter, hast du dir angestellt? Das sind das wenig. Feuer, Feuer! Und, Alter! Das ist so geil. Das trennt ja wirklich komplett. Was hast du gemacht? Alter! Lass, lass brennen. Lass Screenshot machen! Kalle, lass. Erstmal auf Facebook hochladen. Share this shit. Alter! Hab mit meinen Freunden Minecraft gespielt. Piko! Was soll ich jetzt machen? Ey, guck mal die Schafe an. What? Das ist so geil.